Yo, liebe YouTube-Freunde! Wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, Smilodogs feiert 10-jähriges Jubiläum und weiht den Black Friday Style ein, bei dem ihr bis zu 80% sparen könnt. Und mit dem Code Masse spart ihr auf jeden Fall 50% auf alles im Shop, auch auf die reduzierten Waren, alles einfach eingeben, in den Warenkorb reinlegen und dann Code Masse eingeben und dann werden diese 50% abgezogen dort. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Highlights, die ich gut finde, die ich euch ans Herz legen kann. Schaut mal ruhig rein im Shop und wie gesagt, viel Spaß beim Shoppen. Danke fürs Zuschauen und einen wunderschönen, massigen Tag wünsche ich euch. Yeah! Oh, guten Morgen! Heute ist Sonntag. Es ist jetzt 10.30 Uhr. Ich habe schon drei Nachrichten drauf hier. Brauche ich dann auch schon, frag bestimmt 10.30 Uhr, weil wir wollten ja um 11 Uhr eigentlich im Gym sein. Eigentlich, ja. Ja, wir haben eine lange Nacht. Wir haben euch zuletzt gezeigt, wie wir essen waren, glaube ich. Danach war die Nacht hier mehr privat so und ich glaube, bei Uwe kann man noch ein bisschen was sehen, oder? Ja, ja. Also ich habe halt mit meinen Freundin ein bisschen so unterhalten und sie waren wegkrankt und hier ein bisschen gesessen und gelegen und hier schrunken und gegessen. Ja, ich war dann noch duschen. Die Farbe, wie ihr seht, ist ab. Ich habe die ganze Scheiße hier, was hier die Handtücher da schon drauf waren, ist trotzdem ein bisschen jetzt beim Schlaf abgegruscht hier. Aber ich muss sagen, da ist ja gar nichts mehr, ne, an Farben. Ja, so muss ich auch sagen. Die Farbe ist schon fast abwaschbar so. Ja. Geht ganz gut ab. Also ich wollte mal, hier, komm, wir machen mal einen Test, was ich noch zugenommen habe ein bisschen. Die Form ist eigentlich relativ noch gut, so, weiß ich so. Mhm. Ich schätze so. Ja. 98,5. Mhm. Also knapp drei Kilo. Ja, so drei Kilo vielleicht so. Mhm. Hier noch meinen Pokal, habe ich schon gestern Bild gepostet, hier vor allem meinen schönen Windy-Pokal. Sieht man den schön jetzt, oder war mal hier, mal hier hinter so. Okay. Hier sieht man's. So. Sechster Platz. So, dann muss ich euch zeigen, ich habe ja ein bisschen, ihr werdet hier, die Jungs schon, dann wollen die Leute gerade hier protzen und sagen, ja, wir waren bis zum vier wach und so und so. Mhm. Zeige ich euch mal hier, wie fleißig der Steve war. So, das war schon wieder fleißig. Hier habe ich noch ein schönes Bild schon noch, hier jetzt, da seht ihr noch, gestern Nacht, um acht Stunden, gestern Nacht habe ich noch mit Agnes hier dieses wunderschöte Bild gemacht, meinen schönen hässlichen Gesicht mit der Farbe noch drauf, jetzt ist es doch ganz anders schon wieder. Ja, schon komplett anders. Schon viel schöner. Und dann habe ich noch hier, weil, ne, durch die Farbe hier, meine wunderschöne gebräunte Toilette. Und während ihr dann schlafen gegangen seid, wo ihr gerade so stolz seid, dass ihr bis nach um drei und vier hier, äh, hab ich hier übrigens vollste Arbeit gemacht. Was ist? Wer ist? Er wollte gerade die Klosette-Geschüttel zeigen. Ja, ein ganzes später. Die Klosette-Frage. Kennst du die Klosette-Frage von Bud Spencer und C&C? Erzählt. Kennst du nicht? Ne. Er kennt die Klosette-Frage nicht. Er sagt doch. Die muss geklärt sein, die Klosette-Frage. Ja. Wenn Bud Spencer nicht richtig aufs Klosette kann, dann ist er nicht er selbst. Und wenn er nicht er selbst ist, dann wird das schlecht. Er stinkt schon bis hier, ja. Ja, ja. Aber siehst du, dank mir kannst du da jetzt richtig wieder kacken, so. Ja. Also sonst würdest du so braun an den Beinen sein. Ja, gut, hier. Tschüss. Ja, also so sieht es aus hier. Ja, haben wir geschmuckt dann mit dem und mit dem Spülmittel. Das ist immer gut für Farbe. Ja. Also hier sieht man noch ein bisschen hier. Farbe abgegangen hier und dann hier unser Peeling und das. Wie gesagt, das haben wir euch ein bisschen vorenthalten, weil wir gestern Abend halt ein bisschen so, nachher dann auch sagten, ey, jetzt ist mal privat und jetzt haben wir Schnauze voll so ein bisschen. Weißt du, so. Also er war so, ne? Ab dem Juni. Ja, wir haben ja gut geschnackt, weißt du? Da haben wir schön ein bisschen gequatscht. Genau. Haben wir einmal gesessen hier ein bisschen. Vielleicht ziehen wir noch ein bisschen was das von. Ja, da haben wir gesessen hier in unserem Raum, da wurde noch der Uwe. Da habe ich richtig eine heftige Massage und Dreckung morgens bekommen. Ja, eine Massage gekriegt. Ich saß da mit Agnes und hab da ein bisschen verhalten. Er ist losgelaufen, hat hier Chips gekauft und fressen wollte er die Chips. Ja, die nicht schmeckten und alles und so und das und das. Melchstätten habe ich noch heute Nacht dann gefressen ohne Ende hier. Und ich habe noch gekocht heute Nacht, habt ihr gesehen schon. Dann habe ich hier noch ein schönes, ich hatte Bock auf Nudeln und hab hier dann noch ein bisschen Nudeln. Oha. Und das am Morgen noch. So. Da waren die halb sechs. Ich habe mir noch ein paar Nudeln gemacht hier, weil auch hier das Fleisch da weg muss. Das Dingsfleisch da. Das ist ja jetzt auch unsere Ärzte hier. Wir müssen ja gucken, dass wir in den Vierschrank nicht. Und wir kriegen ansonsten noch keine Melchstätten wegverputzt. Hier auch eine da nachher. Aber jetzt dieser Frühstück gab es noch nicht bei mir. Keines hier, werde ich mir jetzt gleich machen. Dann habe ich daran gedacht, so einen Milchstätten werde ich essen zum Frühstück und mal hier irgendwie da was von der Ecke da. Mhm. Von der Ecke da. Oder was sagst du? Du bist ja auch schon von der Ecke, ne? Das ist meins. Das ist meins. Mein Porridge, ja, ja. Sieht aus wie die Farbe da auf dem Kippchen. Ja, ja. Sieht aus wie die Farbe da. Die habe ich nachts schon wieder abgeschrubbt und dann habe ich alles in den Kippchen reingesommen. Ich wollte mal Poutine-Fanches. Wollten wir machen gleich. Ja. Machen wir dann gleich so, ne? Jedenfalls machen wir gleich. Zeigen wir euch noch ein bisschen. Ich zeig noch mal meine Form hier, weil die ist noch gut. Nehmen wir da hin, Uwe. Wir sehen hier. Beine sind noch gut hier. Mhm. Wunderschön, Uwe. Wunderschön. Wunderschön, Uwe. Wunderschön, Uwe. Wunderschön, Uwe. Ja, ja. Also du hast es nicht vergessen? Kalt, Fenster auf. Ne, ne. Wunderschön, das sagst du jedes Mal, aber es ist nicht immer kalt. Wollt ihr noch mal jetzt raus, Rico? Ja, komm. Zeig mal, was ist los. Oh, raus ist es los. Komm, zeig eigentlich. Warum, wo der Beule gedacht ist. Ab 1. Dezember, Uni-Fans. Ab 1. Dezember, Uni-Fans. Aber ich werde meinen Schwanz nicht zeigen. Und mal auf Instagram mache. Wo wir sehen, dass er raus scheint. Das, was auf Instagram gesperrt wird, kann man bei dir auf Uni-Fans sehen. Ja, gut. Oder er zeigt ein paar Eier hier. Zeig Eier! Lassen uns das Frühstücken noch geil und dann gehen wir ballern. Ja, gut. Also, wo ist der Plan hier bei uns jetzt? Wir wollten eigentlich, wie gesagt, schon längst früher alles recht. Aber wir wollen jetzt nachher trainieren gehen. Jetzt gehen wir später noch trainieren mit den Mädels. Mit dem Stefan Hauser, meinem guten Freund. Und dann gehen wir noch Mittagessen und ein bisschen Plak angucken und so. Und das und dies und jenes. Genau. Wir haben gedacht, so sieht es aus. Hast du schon geschissen? Ja, Alter. Wolltest du das jetzt zeigen, wie sie aussieht? Hier einmal frei. Guck dir an. So sieht sie aus. Wie hätt'n das gemacht? Ich heute Nacht hier, Alter. Schubbt hier mit dem Teil da. Mühle und dem Ding hier. Richtig schön sehen hier. Hätt'n euch mal vorstellen. So bin ich hier zum Vermieter, ne? Hat doch ordentlich gemacht. Ja? Hat doch ordentlich gemacht. Ich bin ein ordentlicher Typ, Alter. Ja, aber gut. Soll ich dir, Alter. Ich seh'n. So, das muss geklärt sein. Hier ist unsere Müllecke. Hier müssen wir sorgfältig Müll runterbringen müssen. Hier müssen wir es einmal anfassen, naja. Hallo. 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 No pay, no gain. Ja. Hallo. Wir wollen für einen Tag trainieren. Okay. In diesem Moment hier. Der Boss kommt. Da ist der Boss. Er hat schon gesagt, wir wollen für einen Tag trainieren. Jetzt, 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 jetzt trainieren. Er sagt, Single Entry ist 139. Eure sind das von Euro oder so? Ja, echt, ja. Sieben oder so. Warte mal, Meals hier. Guck. Reis und Chicken hier. Catering. Okay. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Also in Deutschland wäre schon, Abhahnung. Dann auf geht's, komm. Ja, Mann. Auf geht's, komm. Einer, ich bin dran. Ja, Mann. Schnell! Reino! Gib ihm! Gib ihm los! Gut so! Weiter! Ich hab noch gar nicht geholfen! So! Ein noch! Du! Ein noch! Komm! Erster Hälfte! Komm! Peace! 2 Kilometer! Läuft auch! Man muss nicht als 78 Kilo mal so ne Scheiße mitmachen! Du hast mal 50 Kilo gesteigert hier auf dem Nebenbei! Das schmeckt also! Das schmeckt auch nicht! Schön nach dem Embessert schmeckt das! Das schmeckt den Gelenken! Das schmeckt den Gelenken gut! Das schmeckt den Gelenken gut! Du brauchst so Bodybuilder Videos! Den übereiter Verteidiger! Alter geil! Nicht schlecht Uwe! Das schmeckt echt gut! Das schmeckt echt gut! Cool Alter! Nicht schlecht Uwe was du drauf hast du! Du alter Ninja Moria du! Du alter Ninja Moria du! Und du kommst! Ja genau so! Du kommst noch zwei! Komm! Sauber! Stark! Komm! 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 Ja siehst du ja! Mathematische Bodybuilder Probleme! Jetzt noch mal mal zwei und dann noch mal addieren! Neunzig ist jetzt! Jetzt ist die Kuschee! Jetzt ist die Kuschee! Rechnen! Machst du die Schelle da bitte hinten drauf? Die Schelle immer gut! Schelle Moment! Ich hole kurz aus! Warte ich gebe dir die Schelle! Ja! Oh ja was da für eine Stöhnerei hier bei den Mädels! Oh die quatschen nicht so viel! Die trainieren! Ja die geben Gas! Sauber Dinger hier würde ich sehen! Mädels sind saurig! Oh ja! Krass! Ich halb umbringen hier wie eben! Gummibärmtraining! Komm! Komm! Schau mal rein! Komm! Komm! Komm raus vom Kopf! Hast du das wirklich gemacht? Ich würde weniger nehmen! Ja! Dann geht es mehr auf die Muskulatur! Das war für mich angenehmer! Wie viel war das? 130! Sechsmal! Ich würde sagen so sechseinhalb! Das letzte Bein hat er mir ein bisschen geholfen! Guck mal hier die Mädels da hinten! Die geben Gas! Die sabbeln! Guck mal wie die Gas nehmen! Keiner hat irgendein Handy in der Hand! Keiner umschwirrt es da hinten! Wie ist sie? Oh, ist guter! Guck mal hier was drauf! Guck mal hier! Er sagt doch was! Das ist super! Ja! Danke! Wir sehen uns nicht! Das ist der App schon! Drei mal hier! Ich habe schon einen Leih! Drei mal hier! Nehm! Drei mal hier! So, da kommen noch zwei. Okay, dann kommt Luft raus. Luft raus. Das war technisch. Der hat Muschen gekriegt. Jawohl, komm. Mit wegschmeißen Uwe nachher. Komm, Uwe. Komm, komm. Komm, komm. Weiß weg, Moment. Ich bin gerade ein paar Quarzhanteln eingekauft. Ich bin vorsichtig. Bleib mal so stehen, ich will mal was testen. Die sind so unhandlich. Du kommst nicht von unten rein. Und höher. Hörs tief, Mann. Seid dann schon richtig. Hast du es? Stief hoch. Los. 3, 2, 1. Und los. So, 50er. Zum. Komm, du 40er mit den 50ern. Zum. Los, ja. Zum. Komm, der Wagen. Runde hoch, komm. Vorsicht, ich weiß. So ist das, was wir tun. Ihr Sparta-Studio 4. Zube. Jetzt sind 50er. 40er jetzt schaffe ich das. Ja, 50er schaffe ich eigentlich auch. Ja, 40er, 40er, 40er. Ja, 40er, 40er, 40er. Ja, 40er, 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 40er. Hier oben ist dieses wunderschöne Shirt bei Smile Rocks. Ich würde jetzt kaufen. Ja, Smile Rocks Shirt. Ja. Guck, Masse, ja. Ja. Und wir einen jetzt hochziehen, eine Seite fliehen, eine fliehen. Ja. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm. Ja. Ja. Voll die Bälle. Ja. Da war dieya- Du? Wie musst du sagen? Schön trainiert hier im guten Gym hier, geil. Ja, Punch. Jetzt gibts erst mal an meine J&M window Bass. Ihr Ass vomUsssit hinter. Guck mal, Jydi, die du hast gestern auch schon. biting form. Apriffeshmack? Äh, nee, das ist jetzt hier autoconfactor, vielleicht schmeckt besser? Mojito. 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 Ja. Oh, ja. Oh, ja? Oh, ja. Oh, ja? So, dann trinkt aus und dann mach ich das. Ich mach ja mal so die hier. Ja, dann mach ich den auch jetzt. Aber mit weniger. Wie schmeckt das? Ja, das ist ein bisschen bitter. Ist Mojito. Ist Mojito. Ist schön frisch. Bitter. Leicht. So wie, äh... Wie heißt das für euch hier? Wie das Geld? Tequila? Nee. Wenn du das nie so machst, musst du es immer machen. Aber schon... Geil. Ja, die sind zu erfrischend auf jeden Fall. Ja. Das ist gar nichts hier. Nichts. Aber das macht nichts. Du hast alles dabei. Du hast alles dabei, ne? Ich hau ein Drück. Wie der Profi-Bodybuilder hat nämlich alles dabei. Du hast immer noch Magnesium dabei. Für nach dem Training auch immer gut. Ja, ja. Sehr gut. Auch hier Magnesium. Ich gebe eine Runde Magnesium. Zwei für dich. Zwei für Uwe. Zwei steht auch drauf. Du. Zwei für mich. Zwei für mich. Zwei für mich. Zwei für mich. Ich hab keine Wasser. Zwei für mich. Ich würde auch gerne welche anstechern, aber er darf nicht. Ja. Wir haben noch Magnesium. Einer hier. Du immer gut nach dem Training. Kann ich nur sagen, eine Empfehlung nach dem Training. Magnesium. Und EAA natürlich. Und auch gut. Hier wird der eine Kollege schon während des Training gegessen hat. Gummibärchen. Hab ich noch übrig. Weil die müssen nicht weg. Die hab ich immer vom Hollywood-Matze geschenkt gekriegt. 11.2021. Also das kann man noch essen. Kann man noch essen, ne? Kann man noch essen? Probier mal bitte. Was meinst du, kann ich mir 100 Gramm rausnehmen? Ja, wenn du 100 Gramm zugreifen kannst, ja. Sonst ist da auch eine Waage. Haben wir eine Waage? Ja komm. Ne, das war ich Ihnen dann. Das ist schon eine Waage. Ja, so eine Körperwaage. Dann stehst du jetzt ohne drauf. Und dann mit den Dingen. Komm, du hast Hände gewaschen. Bevor du den Puller gefasst hast. Hier komm, auch du. Ich hab keinen Puller angefasst. Noch nicht. Traurig. Noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal schön gleich. Oder was sag ich? Für die Purine. Italienisch wieder essen. Wo wir gestern waren. War nämlich gut. Stefan, was hast du dazu? Gestern? Das war gut, oder? Jetzt sei ja. Ja? Dann gehen wir dann wieder hin. Wenn Stefan das sagt, machen wir das. Noch mal liebe Grüße. Glückwunsch zum dritten Platz. Oliver Marce hat seinen ersten Wettkampf gemacht gestern. Hab ich gesehen. Und er hat eigentlich gut ausgesehen. Außer die Beine natürlich. Aber er muss sagen, Respekt an dich, Arce. Hat's gut aussehen. Ich hab nicht gesagt, dass du so durchziehst. Komm mal gut. Also Massi, die Grüße mal hier. Wie heißt das? Props oder was heißt das? Heutzutage? Props gehen raus. Props gehen raus. Props gehen raus. Props oder Props gehen raus. Und dafür muss ich aber auch sagen. Das erste Mal ist immer das schwerste. Also gerade in dem Alter auch. Wann war dein erstes Mal? Mein erstes Mal? Da war ich 18. 18 erst? Geburtstag. Dann bin ich zum übelsten Dingens Mutier. Im übelsten Täter. Ja, ja. Danach war... War zwar ein Spätschunder, aber danach ging's richtig los. Erfahrungen, alles egal. Du hast alles nachgeholt, dass du vorher die Jahre verpasst hast. Ja, ja, genau. Aber heute werden die meisten so anfangen mit 13, 14. Ja, ja. Was denkt ihr? Du bist Mutter? Ähm, keine Ahnung. Wie war bei deinem Sohn? Weiß nicht, will ich sagen. Bei mir war es so mein 19. Geburtstag. Neunster Geburtstag? War Geburtstag. War eine jetzige Frau. Ach so. Echt? Mit dann ja was? Ja, und dann waren wir so auseinander, aber eigentlich ging's halt, ne? Aber Respekt. Nun musste man gefühlt alles kurz auseinander nehmen. Da fängt ja um ein bisschen aus dem Mut. Weil es so ein Erlebnis war. Respekt. Ne, wo wollt ihr noch? Nein, ja. Okay, gehen. So, jetzt werde ich auch dry scoopen. Ja, nehm mal einen. Hast du von Steve gelernt? Ach so, eh. Ach so, ich kam gerade erst dazu deswegen. Die Verteilstung, ja. Ich kann's auch EAA aus. Ach ja, nehm ich auch gerne. Stefan, wenn du willst kannst du auch, aber ich kann das rausschneiden. Was muss ich denn? Muss ich denn den dry scoop EAA? Also erst die Gummibärchen, dann den dry scoop EAA, oder? Was? Also ich sag mal so, die weißen haben am meisten Kuhn ist halt doch. Mhm. Hab immer jemand gesagt. Ja, ja. Aber es war sogar Hollywood-Matze. Mhm, genau. Genau. Boah, war schön. Ist das? Bitter, ne? Alter, ich hab so'n Löffel gemacht. Wie heißt dieser Iso-Drink hier Grapefruit? Hättest du den so? Ja, das kam mir vor wie so'n so'n... Ja, so'ne Farbe hier nicht. Das ist Iso-Betrink hier mit. Weißt du, so schmecken die EAA. Ja, das war's. Also wir gehen jetzt essen. Setz dich davon. Boah. Ja, das verstuckt sich was. Weg hier! Ja, ne, ne, ne. Was willst du? Zurück, zurück. Was? Spül! Wie musst du? Wasser spülen! Rausch vor der Tür! Auch das ist hier wieder. Weißt du, das ist kein Bodybuilder. Das ist kein Bodybuilder. Das hast du dir sogar besser hinbekommen. Was kann man schon beim Kick nicht mehr? Das heißt Bodybuilder. Was sieht man als Bodybuilder? Ja. Das heißt, es färbt schon alles ab. Die Wettbekloppt ja auch. Langsam ist hier... In drei Jahren ist er ja auch auf der Bühne. Ja, in drei Jahren laufen hier nackt im Türm rum. Du bist jetzt gerade schon nackt im Türm rumgelaufen. Samson war gut. Samson Doda, Leva Emmel. Samson. Samson, genau. Samson. Samson, genau. Samson. Macht Samson weg. Ja. Ja. Du, wer bin euch? Wie passt du das ein? Das ist der Florentina. Was ist das? Die riechen aber auch geil. Ah, Florentina. Jetzt sind sie noch gebacken. Guck mal. Hast du Florentina gebacken? Meine Mutter. Ach du Scheiße. Also liebe Mutter von Stefan. Weißt du mal rein. Stefan. Ja, Bruder. Kann ich öfter backen. Boah. Echt? Liebe Grüße. Dankeschön. Mal gucken, was er macht. Ob er seine Klobrille erstickt. Ja, mal gucken. Komm mal. Kameramann kommt. Achso. Stefan, ich lasse mal. Ich lasse mal. Ich lasse mal runter. Hast du übernommen? Eike. Was war denn los, Eike? Ach, schmeckt gut, ey. Ich hab angesetzt. Ist das denn bitter, Mann? Nein, nein. Ich hab angesetzt mit der Flasche. Und dann ist halt das Pulver in meinen Rachen. Und in so diese Nasen-Achtung. Weißt du? Nasen-Höhlen-Achtung. Also schon so direkt. Genau. Ich hab da geflogen. Und da konnte ich auch nicht mehr spülen. Das wollte ich mal eine Stunde lang. Alter, ich sterbe gerade. Aber schmeckt sehr gut. Das ist der Barm Italiener hier. Den hab ich ausgesucht. Den Italiener hab ich ausgesucht. Der ist gut hier. Ja. Ja. Robert Carpaccio. Ja. Eike hat auch eine Tomaten. Ja, ja. Ich würd da dann einfach aus den Jacken geben. Und das denke ich auch. So, jetzt hab ich mir ein schönes Salätchen noch als Vorspeise dazu geordert. Mach mal ein bisschen Balsamico rüber hier. Bisschen Chicken ist auch drauf und drin. Und dann liebe Grüße an Herrn Sommerfeld. Hab ich von Stefan Klaus gesprochen. Ja. Die anderen warten noch auf hier. Ja. Ja. Wir warten. Ganz geduldig. It's your Pause? It's your Pause. Ja, ich mache noch mehr. Bisschen Fleisch. 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 Es ist gut. Oh, die O. Hi. Das ist ein Pro Bodybuilder. Gibt es das? Was du hier sehen? Muskeln. Gibt es? 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 Es ist alles von dieser Frau. Es gehört hier. Alles gehört hier. Alles gehört hier. Es ist mine. Alles ist es. Es ist ihr. Und wenn ein Frau in diese Umgebung kommt, 1 Meter. Das ist das polnische Temperament. Das sieht aber wahnsinnig gut aus. Dankeschön, Bruder. Lass dir das richtig schmecken. Lass dir das richtig schmecken. Bolognese. Bolognese. Hier, Bolognese. Bolognese. Oh, ja. Die Bolognese sieht auch gut aus. Und dieses Steak sieht auch sehr gut aus. Alles gut. Und diese Penne auch sehr gut. Aber ein bisschen kleine Portionen nur, finde ich. Also das reicht für meine Bodybuilderbeine hier nicht. Oh, das sieht aber auch gut aus. Pesto schön. Ja, danke. Also da lasst euch schmecken, Jungs. Ja, das ist ein bisschen wenig bei dir da. Ja, das ist ein bisschen wenig bei dir da. Ja. Seid mal hoch. Seid mal hoch. Noch mal hoch, Stefan. Ja, das ist echt wenig. Da kannst du noch mal, oder noch mal nach. Kannst du dann noch mal nachordern. Das ist mein Bodyguard, der braucht mehr Potatoes. Das ist mein Bodyguard da, ja. Er braucht mehr Potatoes. Er braucht mehr Potatoes. Oder Salat für dich. Das ist mein Maschen. Das ist das. Oh, Brat ist immer gut. Ja. Und Brat. Und Brat. Danke für das Brat. Danke für das Brat. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit alle. Ich glaube, ich muss noch mal ordern, weil das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Mikro. Bei dir auch. Du solltest auch Kohlefüll 35 mal kaufen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, ich krieg hier noch was ab. Schaffst du, meinst du? Das heißt? Aber Alex, dein Salat ist definitiv. Ist viel rauf, ne? Bei dir? Ja, siehste. Sein gut Appetit, wie gesagt. Yeah. Willst du auch einen? Rico wieder am Essen. Nein, ich bin raus. Ich bin zufrieden. Ja? Ich bin zufrieden. Ich bin satt eigentlich. Echt? Ich bin so ein Eiscreme hier. Gucken wir uns kurz mal an, wie das aussieht. Das ist ein Eiscreme. Kann man auch für was anderes verwenden, denke ich nochmal. Ja, ich hab auch gedacht. Ja, hab ich auch gesehen. Ja, hab ich auch gesehen. Ne, wofür genau? Pocken Sie das. Wenn Agnes nicht da ist, dann darf er. Dann darf er. Ist hart. Ja, okay. Mit dem Walmbeere, Stevie, hätten wir so gelöst haben können. Welcher Körper ist besser und so? Ja, wie ich mit Uwe Schmoller habe. Ja, damals. Ja, Kampfsportler oder Buddybagger. Ja, sowas hält gut. Ja. Oder langer Rüssel oder kurzer Rüssel. Ja, genau. Oder feck oder dünn. Feck oder dünn. Also Penisse. So. Wir waren jetzt wunderschön noch essen am Sonntag hier. In der Stadt. Habt ihr gesehen? Bisschen spürt alles. Und jetzt verabschieden wir uns. Die Jungs fahren schon vor. Uwe pinkelt noch da an die Winster. Die sah so aus. Die fahren jetzt los mit dem Mainworks Bus, die Jungs und ich. Wir sind jetzt erstmal wieder schön. Uwe, genau. Ich möchte, dass du gut Auto fährst. Ich möchte, dass du zur Techno Musik fährst. Ja, okay. Und ich möchte, dass die Jungs dich wach halten. Natürlich. Ich kann ja sagen, wie das läuft. Wir fahren jetzt. Rico fendt ein. Erstmal essen. Erstmal essen. Ja, nach dem Essen dann sowieso. Erstmal essen. Dann fahren wir. Zack, zack. Dann fern beide ein. Irgendwann werden die wach. Und dann werden wir irgendwann durch Techno Musik hören. Ich hoffe wirklich. Ich will eine Story haben, wo ich markiert werde. Okay. Aber eine Verrückte. Wenn die nicht verrückt ist, dann... Was der alte Penis rausfallen hat. Penis. Ja, nicht einmal sein Penis gezeigt. Ja, du hast nicht einmal deinen Penis gezeigt. Der Einzelne, der seinen Penis rausgeholt hat, total war ich. Ey, du hast auch mein Gefühl. Aber du auch. Deine war auch. Wir nehmen uns anonym. Immer den Penis an die Fans. Also wie gesagt, wir wollen gar nicht lange rumlabern. Wie gesagt, danke für das... Hast du auch was? Ja. Aber danke für die geile Zeit. Ja. Und wie gesagt, wir wollen... War sehr, sehr... Tätig und witzig auch. Ja, das kann man so sagen. Ja, das kann man so sagen. Geile Gespräche hier auf der Hinfahrt. Die Hinfahrt war schon... Das war geil. Das war schon schön und wunderschön. Das kann uns keiner mehr nehmen. Wirklich diese Hinfahrt. Und ja, das sollte noch so wieder... Vielleicht rum... Wie gesagt, Spanien vielleicht nächsten Wettkampf oder was auch immer gucken machen. Also wie gesagt, wie sagt man so schön bei YouTube-Sprache. Kommentiert es, wenn ihr das... Kommentieren! Abonnieren! Genau das. - -